Servus und herzlich Willkommen aus Wien. Mein Name ist Anita Posch. Danke fürs Zuhören bei Bitcoin & Co., meinem Podcast, der die Philosophie, Ideen und Menschen hinter Bitcoin vorstellt. Vielen Dank. Für neue Informationen und neue Episoden abonnieren Sie meinen Newsletter unter anitaposch.com-newsletter. Bevor es losgeht, noch eine kurze Einschaltung meiner Sponsoren. Wenn Sie eine Lösung suchen, mit der Sie Bitcoin einfach und sicher aufbewahren können, kann ich Ihnen die Card Wallet empfehlen. Die Card Wallet ist die hochsichere Lagerungsmöglichkeit für Bitcoin, entwickelt von Coinfinity und der österreichischen Staatsdruckerei. Die Card Wallet ist eine professionelle Cold Storage-Lösung. Durch Einsatz hochwertiger Sicherheitsmaterialien und fälschungssicherer Merkmale wird die Manipulation der Karte verhindert. Für Kauf und mehr Informationen besuchen Sie bitte die Webseite unter www.cardwallet.com. Vielen Dank. Hallo und willkommen zu dieser Ausgabe des Bitcoin & Co. Podcasts. Heute ist Vitus Zeller zu Gast, der über seine Erfahrungen mit Bitcoin sprechen wird und vor allem über seine Tour de Satoshi, bei der er im Winter bei Schnee und Kälte in 10 Tagen und 9 Nächten 1000 Kilometer mit dem Fahrrad von Florenz nach Frankfurt zur Europäischen Zentralbank gefahren ist. Dabei sind ihm fast die beiden großen Zehen abgefroren. Warum und wozu er sich das angetan hat, hören Sie in den nächsten 45 Minuten. Vorher möchte ich Sie noch auf den Satoshi-Friathlon hinweisen, den Vitus organisiert. Dieser findet von 24. bis 27. August 2019 statt und führt von Zug in der Schweiz nach München. Mit dem Rad, schwimmend und laufend. Ziel ist es, Bitcoin aus einer anderen Perspektive bekannt zu machen und das Image von Bitcoin in der Öffentlichkeit zu verbessern. Ich habe mich dem Team Satoshi angeschlossen und werde am ersten Tag 2 Kilometer durch den Zuger See schwimmen und mit dem Rad 90 Kilometer nach St. Gallen fahren. Andreas, der Bruder von Vitus, wird den anschließenden Halbmarathon laufen. Am ersten Tag nimmt außerdem ein sehr bekannter Bitcoiner teil, nämlich Jeremias Kangas, der Gründer von LocalBitcoins.com. Am dritten Tag fahren wir 190 Kilometer von Friedrichshafen nach Starnberg. Meine Kollegen Vitus, Thomas und Moritz werden zusätzlich einen Halbmarathon zum Romanshorn und einen Marathon laufen, sowie 12 Kilometer durch den Bodensee schwimmen. Hört sich verrückt an? Ist es auch irgendwie? Die Organisation des Satoshi-Friathlons ist aufwendig. Wir brauchen ein Begleitfahrzeug, eine Bewilligung für das Durchschwimmen des Bodensees, Begleitboote, Sportkleidung und Hotels. Das gesamte Team Satoshi freut sich daher über Spenden von Ihnen. Auf der Episodenseite des Podcasts finden Sie dazu eine Bitcoin-Adresse und eine Möglichkeit, mit Lightning zu spenden. Unter dem Hashtag Satoshi-Friathlon finden Sie auf Twitter alle unsere Tweets aus der Vorbereitungszeit und auch eine Live-Berichterstattung von 24. bis 27. August. Für weitere Informationen über das Team Satoshi und den Satoshi-Friathlon besuchen Sie die Webseite teamsatoshi.org. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Heute ist bei mir zu Besuch der Vitus Zeller. Vitus ist aus München und hat heuer am 3. Jänner anlässlich des 10. Geburtstags von Bitcoin, kann man so sagen, eine ganz besondere Radtour gemacht, nämlich die Tour des Satoshi. Und über die wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten und auch allgemein über Bitcoin. Hallo Vitus. Hallo. Danke für die Einladung, Anita. Ja, sehr gerne. Wir haben uns ja gestern erst kennengelernt, nein, vorgestern, beim Lightning Hack Day in München. Und wir sind ziemlich schnell draufgekommen, dass wir ein gemeinsames Hobby haben, das ist nämlich das Radfahren. Und möchtest du uns mal erzählen, so ganz kurz beschreiben, was die Tour des Satoshi war? Ja. Und nachher reden wir ein bisschen über Bitcoin im Allgemeinen und später dann wieder genauer über die Tour. Gerne. Ja. Also bitte stelle dich mal kurz vor, vorher. Okay. Also ich bin der Vitus. Ich bin im Bereich Bitcoin seit 2013 unterwegs. Mich begeistert die Thematik schon ein Weilchen. Und genau, letztes Jahr habe ich mir länger gedacht, jetzt kommt eigentlich der 10. Geburtstag von Genesis Block am 3. Januar auf uns zu. Und irgendwas müsste man da eigentlich machen. Und da ich da kürzlich wieder zu sporteln begonnen habe, habe ich mir gedacht, du machst irgendwas, was mit Sport zu tun hat. Und genau. Und dann ist die Idee entsprungen, eine Radtour zu machen. Und zwar, ich habe in Florenz begonnen, bin von Florenz vor dem Palazzo Medici Riccardi. Das ist quasi da, wo das Bankwesen, moderne Bankwesen vor 600 Jahren ungefähr begonnen hat. Bin ich losgefahren und bin in 10 Tagen, wegen der 10 Jahre Bitcoin, bin ich nach Frankfurt vor die EZB gefahren, vor die Europäische Zentralbank. Mit dem Challenge, also nicht nur sozusagen durch den Winter und durchs Winterchaos mit dem Fahrrad zu fahren, sondern den Challenge auch jede, also idealerweise jede Nacht im Hotel mit Bitcoin zu bezahlen. Jetzt verstehe ich auch, warum es du 10 Tage gebraucht hast. Da hat es bei mir noch nicht Klick gemacht vorher. Du hast die nicht gebraucht, sondern die waren geplant für jedes Jahr eine Übernachtung. Genau, das war die Idee dahinter. Ich hätte es vermutlich, also vorher hätte ich mir sogar gedacht, ich könnte es ein bisschen schneller machen. Aber da es dann ziemlich das Winterchaos war, war ich dann froh, dass ich 10 Tage Zeit hatte. Super. Und du hast gesagt, du bist jetzt in Bitcoins schon seit einigen Jahren interessiert an dem Thema. Und ich glaube, ein Ziel dieser Tour des Satoshi war schon auch, Bitcoin oder das Wissen über Bitcoin ein bisschen weiterzutragen, oder? Genau, also ich nerve ganz gern meine Familie und Freunde mit dem Thema. Und ich glaube, die sind schon teilweise auch ein bisschen genervt davon. Und ich dachte mir so, ich möchte, ich habe eigentlich ein starkes Interesse daran, dass Bitcoin mehr Bewusstsein noch in der Öffentlichkeit bekommt. Und dachte mir, Bitcoin hat eigentlich zu Unrecht in der Öffentlichkeit oft ein schlechtes Image. Und ich möchte eigentlich dazu beitragen, dass das Image von Bitcoin sich verbessert. Und genau, und dann habe ich mir gedacht, was würde jetzt ein Unternehmen tun, das sein Image verbessern würde. Das würde vielleicht ein Sportteam sponsern. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt meinen Anstoß, gründe quasi mit meiner Tour des Satoshi, gründe ich das Team Satoshi und lade Sportler einfach ein, Bewusstsein für Bitcoin zu vermehren und Adoption sozusagen von Bitcoin voranzutreiben. Aber wieso? Warum ist dir das Thema so wichtig? Also Bitcoin ist für mich eine revolutionäre Sache. Meines Erachtens ist Zentralbankgeld eine überholte Sache. Ich glaube, dass Menschen in Zukunft ein Peer-to-Peer, also von Mensch zu Mensch Geld nutzen werden und dass es dafür gar kein Zentralbankgeld gibt. Ich finde es nicht richtig, dass die Zentralbanken kein transparentes System bieten, sondern mir gefällt Bitcoin einfach viel besser, weil es transparent ist, weil man weiß, wie viel Bitcoin es heute gibt und man weiß auch, wie viel Bitcoin es in 100 Jahren geben wird. Und daher ist für mich Bitcoin einfach eine harte Währung, die die Menschheit braucht. Okay, gehst du da jetzt hauptsächlich auch von uns in Europa aus? Also siehst du das hauptsächlich bei uns oder vielleicht auch anderswo? Also sind vielleicht auch die Komponenten, dass es eine offene Finanzinfrastruktur ja eigentlich ist, die für alle zugänglich sind? Ich nehme mal an, ich lege dir das jetzt fast ein bisschen in den Mund, würde ich sagen, weil ich denke mir, das ist sehr wichtig, aber ich denke mir, du denkst das auch, oder? Ja, also ich glaube, dass wir in Europa oder in der sogenannten westlichen Welt eigentlich Bitcoin viel weniger brauchen als andere Menschen. Bitcoin hat eigentlich den Anspruch, die unbanked, also die Menschen, die kein Bankkonto haben, die Möglichkeit zu geben, an einem Finanzsystem sozusagen teilzuhaben und selber ein Bankkonto zu führen. Und bei Bitcoin braucht man eigentlich nur ein Mobiltelefon, um tatsächlich ein eigenes Bankkonto mit ein paar Klicks zu öffnen. Ich glaube, dass vor allem Länder, in denen Menschen nicht so frei leben wie wir in Europa oder wie andere Menschen, dass vor allem solche Menschen das brauchen können. Und vor allem Länder, in denen die Inflation extrem hoch ist, glaube ich, dass Bitcoin einen extremen Wert darstellt. Genau, daher glaube ich, dass Bitcoin die Welt verbessert. Okay, jetzt sprichst du von anderen Ländern, wo die Leute vielleicht ärmer sind als bei uns oder sogar sicher ärmer sind als bei uns, denen es nicht so gut geht, die unter hoher Inflation leiden, vermutlich auch unter nicht denselben Menschenrechten, die wir haben. Aber dann kommt oft das Gegenargument, naja, aber die können sich ja das gar nicht leisten, einen Bitcoin zu haben oder zu benutzen. Ja, also Bitcoin, nicht jeder Mensch braucht einen ganzen Bitcoin. Das kann gar nicht sein, weil es wird maximal nur eine Menge von 21 Millionen Bitcoin geben. Bitcoin teilt sich in 100 Millionen Teile. Also die Zents von Bitcoin nennen sich Satoshi und genau, also jeder Mensch kann mit Satoshi, wenn er ein paar hunderttausend Satoshi hat, kann er, glaube ich, in Zukunft ganz gut Handel betreiben und mit anderen Menschen Waren tauschen und Dinge einkaufen. Ja, und vor allem global. Also es gibt da keine Grenzen irgendwie. Ich muss keine Währungsumwechslung machen, wenn jetzt mein Gegenüber auch Bitcoin annimmt. Genau, also es sind auch Fälle, beispielsweise in Venezuela, es gibt Menschen, die, also aus der Bitcoin-Community, die Menschen in Venezuela unterstützen, in der Hinsicht, dass quasi Venezuelaner Entwicklungs-, also Development-Arbeit sozusagen übernehmen oder andere Dinge übernehmen, die einfach über das Netz organisiert werden. Und diese Venezuelaner dann mit den paar Satoshis, die sie da sozusagen bekommen, aus dem Land flüchten können, was eigentlich ihr Ziel war, was sie davor nicht hätten finanzieren können. Und ich glaube, dass das eben, ja, dass das eine gute Sache ist. Da werden Menschen bekommen eine Macht, die sie davor nicht hatten. Ja, ich glaube auch in der Entwicklungszusammenarbeit für die Organisationen, die da tätig sind, ist Bitcoin sehr interessant, weil die ja auch ihre Geldströme, die sie in die verschiedenen Länder schicken, wo sie arbeiten und tätig sind, wenn sie die nur in Bitcoin hin und her senden würden, würden sie auch immense Wechselgebühren und Bankgebühren sparen. Ja, wohl wahr. Also das ist natürlich das nächste Thema, dass du mit Bitcoin ohne weiteres von hier jetzt in München innerhalb von einer Stunde, beziehungsweise, also bis es dann bestätigt ist sozusagen, kannst du innerhalb von einer Stunde Bitcoin überall auf die Welt schicken. Und jetzt mit dem Lightning Network kannst du es sogar innerhalb von einer Sekunde oder ein paar Sekunden versenden. Das ist eine Macht, die der Mensch bisher nicht hatte. Wer schon mal versucht hat, von Europa Geld in einen anderen Kontinent zu schicken, der weiß, was das für ein Schmerz ist und wie schwer das eigentlich ist und wie viel Gebühren dafür man auch bezahlen muss. Ja, genau. Weil bei Bitcoin ja es nicht abhängt von der Summe, also der Höhe des Betrags, die man versendet, sondern von der Datengröße, die verschickt wird, die Transaktionsgebühren. Das heißt, du kannst genauso 5 Millionen Euro um, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich 3 Euro Transaktionsgebühren versenden, was natürlich umgekehrt auch viele Leute sagen, ja, aber wenn ich etwas nur für 2 Euro kaufe und ich zahle dann 3 Euro Transaktionsgebühren, das klingt natürlich sinnlos, aber mit dem Lightning Network wird das in Zukunft ja auch nicht mehr so sein, sondern da kann man dann Micropayments machen und zahlt auch dementsprechend weniger Gebühren. Ja. Also Bitcoin kostet natürlich nicht immer, hat nicht immer so hohe Transaktionsgebühren. Das sind eigentlich Ausnahmesituationen, in denen die Transaktionsgebühren so hoch sind. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass Bitcoin das Netzwerk noch nicht ausgelegt ist auf riesengroße Anzahl von Transaktionen und daran entwickeln gerade sehr talentierte Menschen die Technik weiter, damit eben ein Mainstream-Nutzung sozusagen von Bitcoin in Zukunft möglich ist. Ja, ich habe das Gefühl, dass du, dir geht es ja bei Bitcoin in erster Linie um andere Menschen, habe ich so den Eindruck. Also schon auch um dich selbst, nehme ich an, aber das sage ich jetzt so, weil es bei mir auch so ist. Also mir ist halt auch wichtig, dass ungefähr 5 Milliarden Menschen auf der Welt neben uns, die keinen Zugang zu Bankinfrastruktur haben, auch die Möglichkeit haben, wirtschaftlich zu handeln. Und ich glaube, das unterstelle ich jetzt mal, aber nachdem du ja früher Radfahrer warst und auch jetzt noch Radfahrer bist, denke ich, dass du auch ein umweltbewusster Mensch bist. Ja, stimmt. Also ich lebe, ich sage Flexigan, also ich sage mal so ungefähr 95 Prozent vegan. Bin da nicht irgendwie militant, aber wenn es geht, zu Hause esse ich eigentlich mit meiner Frau fast nur vegan. Manchmal ein bisschen Käse, wir essen gerne Käse, aber genau. Genau, also zu deinem Punkt von vorhin aber noch, also mir geht es natürlich um die Menschen, aber ich habe halt eine ganz große Sorge. Ich glaube, dass wir auf eine Zukunft uns zu bewegen, in der Daten immer mehr von gewissen Institutionen überwacht werden. Und ich glaube, also speziell in Deutschland haben wir eine Vergangenheit, in der Menschen eben sehr stark überwacht wurden und in einem System gelebt haben, in dem sie einfach nicht mehr frei waren. Und ja, also vor ungefähr 25 Jahren, also 1993, ist das Cypherpunk-Manifesto entstanden. Und da steht drinnen, dass es in der Zeit von digitalen Unternehmen immer wichtiger sein wird, Informationsfreiheit und Meinungsfreiheit sozusagen zu etablieren. Und das kann nur über Privatsphäre funktionieren. Und wenn wir keine Privatsphäre in der Zukunft haben können, ich möchte mir eine Zukunft nicht ausmalen, in der uns Technologiekonzerne oder Geheimdienste so stark überwachen, und dass sie jede einzelne Transaktion und jede einzelne Informationsübertragung wissen und uns komplett kontrollieren können. Ich möchte mir das einfach nicht ausmalen und ich möchte, dass wir da so einen Weg nicht eingehen, nicht gehen. Und deshalb ist Bitcoin für mich eigentlich die wichtigste Lösung, diesen Weg sozusagen zu vermeiden. Ja, da bin ich ganz bei dir, weil ich glaube, finanzielle Transaktionen, wo wir was zahlen, was wir kaufen, ist so ziemlich das Intimste irgendwo. Ich meine, es gibt schon noch intimere Sachen, aber trotzdem, dann wissen sie wirklich alles von uns. Und ich sehe es eigentlich auch nicht ein. Umgekehrt, warum? Also wir tun ja nichts. Wir sind ja normale, steuerzahlende Bürgerinnen und Bürger. Und ich sehe eigentlich nicht ein, warum unter dem Deckmantel des Neuer Customer und Geldwäsche etc. Richtlinien wir alle so massiv überwacht werden, nämlich von den Banken. Das ist ja das Spannende auch, dass ich habe erst letztens wieder einen Brief von meiner Bank bekommen, dass ich erklären sollte, was ich da jetzt auf dem Konto für Ein- und Ausgaben habe, um eben den Geldwäscherichtlinien zu entsprechen. Ja, ich finde es auch bedrohlich. Ich meine, bis jetzt mit Facebook, Google und Co. war, oder auch WhatsApp und so, ist nur unter Anführungszeichen unsere Kommunikation überwacht. Aber wenn es dann auch zu den finanziellen Transaktionen geht, das ist noch einen Schritt weiter. Und ich glaube auch, dass Bitcoin eine der wenigen Lösungen ist, die uns in ein paar Jahren dann auch Privatheit bei den Zahlungsvorgängen geben kann. Und es ist eine Alternative zu unserem Finanzsystem. Wohl wahr. Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, wir haben gar keine Wahl. Also wir müssen eine Lösung finden, wie wir Privatsphäre bewahren können. Und da haben wir gar keine Wahl. Wir müssen ein System finden. Bitcoin ist ein System, das eine extrem gute Value Proposition in dem Bereich hat. Ich glaube, dass das der Weg sein kann. Und deshalb setze ich mich dafür ein. Um nochmal zurückzukommen zu dem Umweltthema, worauf ich hinaus wollte, war, es gibt ja immer wieder diese Argumente gegen Bitcoin. Also Bitcoin ist ein Wahnsinn, weil Bitcoin verbraucht zu viel Energie. Also sie sagen immer, man verschwendet Energie mit Bitcoin. Ich glaube, die Linke hat in ihrem Parteiprogramm jetzt sogar drinnen, dass sie Bitcoin verbieten wollen, um die Klimaziele zu erreichen. Was sagst du dazu? Also zuerst mal möchte ich sagen, die Linke sollte sich sehr gut überlegen, was sie da für einen Weg einschlagen möchte, weil ein autoritärer Weg, sowas zu verbieten, würde tatsächlich eine große Veränderung herbeiführen, die sie sich sehr gut überlegen sollen, ob das wirklich ein guter Weg ist. Zur Energiethematik. Also mich hat diese Energiethematik speziell, also ich bin nicht Veganer, weil ich irgendwie Tiere oder weil ich nicht glaube, dass man Tiere töten sollte. Wir sind Menschen, wir sind aus der Evolution entstanden, wir sind einfach Fleischesser. Ich esse auch gerne oder habe früher gerne Fleisch gegessen, nur ich mache das aus ökologischen Gründen. Bei Bitcoin ist es jedoch so und ich weiß natürlich über diesen hohen Energieverbrauch, das ist für mich ein extrem wichtiges Thema und ich habe mich sehr stark mit dem Thema befasst. Nach meinem Verständnis ist jedoch der Wert, den Bitcoin mitbringt, so groß, dass das Energiethema vernachlässigbar ist. Einerseits und andererseits muss man sagen, Bitcoin bietet eine Alternative zum Banksystem. Wenn man sich überlegt, wie viele hunderttausend Bankmitarbeiter tagtäglich im Auto sitzen und von zu Hause in die Arbeit fahren und zurückfahren und dann in einem runtergekühlten oder hochgeheizten Bürogebäude sitzen, in der Innenstadt von den Städten, in denen es zu wenig Wohnraum gibt und dann auch noch wahrscheinlich einmal die Woche irgendwo hinfliegen, frage ich mich, ob man da wirklich den Energieverbrauch von einem dezentralen Geldsystem sozusagen so stark hinterfragen muss, dass es gleich eine existenzielle Frage ist. Wenn vor allem die Wertschöpfung von dem System so eine große mögliche Kraft hat in der Welt, in einer digitalen Welt, in die wir uns sozusagen immer mehr hinbewegen. Ja, vor allem, wenn man sich anschaut, wie viel Energie sonst für Dinge verbraucht wird auch. Und wenngleich auch es so ist, ich glaube, es gibt ja Studien, es gibt ja von keiner Seite, sage ich jetzt mal, von den Befürwortern und von den Gegnern eine wirklich wissenschaftlich fundierte Studie zu dem Thema, glaube ich. Also es sind schon einige da draußen, aber sehr unterschiedlich. Die negative ist eigentlich nur von dem Digi-Economist-Blog und die ist ja schon mehrfach widerlegt worden von anderen und die kommen, glaube ich, sehr viel auch zu dem Schluss, dass viel der Energie, die fürs Mining gewonnen wird, schon grüne Energie ist. Und ich meine, die Idee, Wasserkraft zu nutzen fürs Minen, also ich kenne sogar jemanden in Österreich zum Beispiel, die an einem Fluss ihr Mining-Equipment haben und einfach ihren Strom von dort beziehen, weil er ja auch billiger ist und jeder Miner möchte billigen Strom und den kriegt man halt bei Wasserkraft zum Beispiel oder in Island. Ja, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Gesichtspunkt und gleichzeitig glaube ich, dass wir diesen Energieverbrauch aktuell nicht so stark überbewerten sollen. Du hast vorher gesagt, der Wert von Bitcoin ist so hoch, dass das dafür steht. Und da hast du natürlich gemeint, den intrinsischen Wert, also den Wert der Möglichkeiten, die man hat und nicht der Wert eines einzelnen Bitcoin, also wie viel der kostet gerade. Nein, es geht überhaupt gar nicht um den Euro- oder Dollarwert von Bitcoin, sondern es geht tatsächlich um den Wert, den Bitcoin sozusagen in sich trägt als dezentrales Geld, das von niemandem beeinflusst wird und das sozusagen ein Open-Source-Geld ist für die Menschen. Und wenn wir über den Energieverbrauch sprechen, dann müssen wir einfach auch sagen, der ist bei Bitcoin einfach so essentiell, weil er die Sicherheit des Netzwerks bereitstellt und sozusagen die Mining-Operationen einfach eine Sicherheit darstellen, um den Bitcoin nicht hackbar zu machen oder dass er einfach ein sicheres Tool ist sozusagen. Es ist ja einfach im Moment das sicherste System aller Zeiten, das wir kennen. Die Bitcoin-Blockchain ist seit zehn Jahren nicht gehackt worden und es gibt genug Leute, die es versuchen. Weil wenn ich ein Finanznetzwerk habe, das 100 Milliarden Dollar oder Euro im Moment wert ist, dann ist das natürlich ein Honeypot, den ich gern knacken wollen würde und das ist einfach noch nicht gelungen und es ist eigentlich gefährlich, wenn weniger Miner sich beteiligen. Richtig, also je weniger Miner sich beteiligen, desto weniger dezentralisiert ist das System und eigentlich ist es genau das Wichtige an Bitcoin, dass es ein dezentrales Geld ist und dass es sozusagen überall auf allen Levels, auf allen Stufen von Bitcoin einen Wettbewerb gibt und dass es nicht monopolartige Auswüchse im Bitcoin gibt. Das ist etwas, was wir bewahren müssen und was den Bitcoin auch so einzigartig macht. Und das ist auch ein sehr wichtiger Grund, diese Einzigartigkeit, wieso es nach meinem Verständnis fast unmöglich ist, wenn nicht komplett unmöglich, so ein System nochmal sozusagen zu replizieren. Also ich glaube nicht, dass eine andere Coin, egal wie diese Coin heißen mag, nochmal ein System hervorbringen kann, das so dezentralisiert und so unhackbar, unkompromittierbar sozusagen ist, wie der Bitcoin. Daher, wir müssen das nehmen, was wir haben und aus dem, was wir haben, das Beste machen. Der Energieverbrauch ist ein extrem wichtiges Thema. Jedoch, es wird auf der Bitcoin-Blockchain sozusagen zusätzliche, werden zusätzliche Layer entwickelt, die keinen großen Energieverbrauch mehr haben. Also es ist nicht notwendig unbedingt in der Zukunft, dass eine Bitcoin-Transaktion viel Energie braucht. Aktuell ist es einfach so, dass es so ist. Aber mit Lightning beispielsweise, heute haben wir schon einige Lightning-Zahlungen hinter uns gebracht, ist es so, dass Strom eigentlich keine Rolle mehr spielt. Fast keine Rolle mehr spielt. Oder halt so viel wie zum Beispiel, wenn ich Facebook nutze oder Google, die verbrauchen auch Strom. Genau. Du hast ja die Dezentralität mehrfach jetzt erwähnt. Die Dezentralität ist vor allem wichtig, meiner Ansicht nach, einerseits um Blockchain in hunderttausendfacher Kopie zu speichern und andererseits um die Unzensurierbarkeit herzustellen, oder? Also weil du eben keine zentrale Stelle hast, die über einzelne Transaktionen verfügen oder entscheiden kann. Richtig. Okay, jetzt haben wir ja einige wichtige Fakten sozusagen besprochen, was dich an Bitcoin interessiert und warum du hier auch bei den Lightning-Hack-Days bist. Kommen wir wieder mal zurück zu deiner Tour des Satoshi. Was war das Ziel? Du hast, glaube ich, zehn Nächte haben wir vorher besprochen, übernachtet. Was war dein Ziel bei diesen zehn Nächten? Die Idee war sozusagen, mit dem Fahrrad diese Tour zu machen und jede Nacht mit Bitcoin zu bezahlen. Das habe ich nicht ganz geschafft. Also es waren neun Nächte. Von den neun Nächten habe ich sieben mit Bitcoin bezahlt. Und die Idee war sozusagen, einfach Erfahrungen zu sammeln, wie Menschen darauf reagieren, wenn da irgendein Verrückter im Winter mit dem Fahrrad kommt und mit einem Tool oder mit einer Währung zahlen will, von dem sie vielleicht schon mal was gehört haben. Aber mit dem sie eigentlich nichts anfangen können. Und ja, ich wollte einfach sehen, wie die Menschen darauf reagieren und ob ich das schaffen kann, dass ich die Menschen davon überzeuge, das als Zahlungsmittel anzunehmen. Okay, das heißt, wie darf man sich das vorstellen? Du bist dann in eine Stadt gekommen. Was hast du dann gemacht? Du hast ja vorher, ich meine, du hast ja vorher nicht recherchiert nach Bitcoin-Annahmestellen, sondern du bist einfach losgefahren. Genau, so ist es. Also ich bin quasi in die Stadt gekommen, in der ich übernachten wollte. Da es Winter war und sehr kalt und ich quasi verschwitzt war vom Radfahren, habe ich mich erst mal umgezogen, weil ich wusste, dass ich jetzt sozusagen die zweite Mission des Tages... Wo hast du dich dann umzogen? Auf der Straße, meistens neben der Tankstelle. Ich habe mir meistens noch irgendwie einen Orangensaft in der Tankstelle gekauft und habe mich dann an der Tankstelle umgezogen, ganze Sachen aus dem Gepäck rausgeholt, die ich anziehen wollte. Genau, und dann bin ich quasi losgezogen und habe mir Hotels ausgesucht, idealerweise Familienhotels, weil wenn ich zu einer Hotelkette gehe, dann weiß ich schon, wenn ich davorstehe, dass es nicht funktionieren kann. Und habe dann, ja, erster Point of Contact sozusagen war immer die Rezeption, habe dann mit dem oder der Rezeptionistin gesprochen und habe kurz erzählt und habe eigentlich immer gleich am Anfang gefragt, kann ich mit dem Eigentümer sprechen? Weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass der Manager oder die Rezeptionisten so eine Entscheidung nicht treffen können. Das heißt, ich muss mit dem Eigentümer sprechen. Und genau, und in den wenigsten Fällen konnte ich leider persönlich mit dem Eigentümer sprechen. Sobald ich aber tatsächlich mit einem Hoteleigentümer face-to-face sprechen konnte, hatte ich eigentlich ungefähr eine 50-50-Prozent-Chance, dass sie mich tatsächlich übernachten lassen. Und genau, ich bin da so vorgegangen, dass ich einfach erzählt habe, was ich da gerade mache, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, von Florenz nach Frankfurt in zehn Tagen, wieso ich das mache, und dass quasi mein Challenge ist, dass ich jede Nacht mit Bitcoin bezahle. Und die meisten fanden es irgendwie ganz witzig und fanden mich vielleicht auch sympathisch. Und manche, glaube ich, wollten mir einfach helfen, weil ich teilweise tatsächlich nicht mehr im besten Zustand war nach mehr als 100 Kilometern Radfahren. So habe ich das quasi gemacht. Da haben sich coole Geschichten entwickelt. Und wie waren die ersten Reaktionen? Also die allererste Reaktion war in Vergato in Italien. Ich bin nicht so weit gekommen an dem Tag, wie ich eigentlich kommen wollte. Habe dann in Vergato gestoppt. Und im einzigen Hotel der Stadt habe ich dann gefragt und habe zuerst mit der Tochter gesprochen, mit der Clara. Und die war sehr skeptisch. Ich habe aber nicht losgelassen. Und sie meinte, ja, da muss sie mit der Mutter sprechen. Und dann hat sie mit der Mutter telefoniert. Die war nicht da. Ich habe dann ein Weilchen gewartet, ungefähr eine Stunde. Und dann hat sie mit der Mutter telefoniert. Und die war sofort offen und hat gesagt, ja, das machen wir sofort. Und die fand das witzig. Hat ein gutes Marketinggespür vielleicht. Ja, also die war total offen. Die hat schon ein paar Mal von Bitcoin gehört. Und die hat gesagt, wieso nicht? Und wir haben Zimmer frei, es ist schon spät. Und den verfrorenen Radfahrer, lassen wir jetzt bei uns übernachten. Ah ja, okay. Na, weil gerade für Hoteliers, denke ich mir, ist es eigentlich keine schlechte Idee, oder? Bitcoin anzunehmen. Ich glaube, das muss jeder für sich selber wissen. Ich glaube, also ich, wenn ich Hotelier wäre, würde ich es tun, ja. Du, naja, du. Du hast vorher gesagt, 100 Kilometer bist du gefahren und warst schon recht fertig. Ja, aber du bist ja ein toller Radfahrer. Warum war dir nach 100 Kilometer, warum warst du da fertig? Naja, das war ja eine Winterradtour und ich bin teilweise durchs, also ich bin fünf Tage lang durchs komplette Schneegestöber gefahren. Ich musste über die Alpen fahren und ja, viele Kilometer hinter mich bringen. Aber viele Höhenmeter waren das manchmal dann am Tag? Also die 2.300 Höhenmeter, glaube ich, war der Tag mit den meisten Höhenmetern und in Summe hatte ich ungefähr 10.000 Höhenmeter und ich hatte 1.000 Kilometer. Okay, also 100 Kilometer im Schnitt am Tag und 1.000 Höhenmeter im Schnitt am Tag. Genau, genau. Ja, das ist schon eine ganz schöne Leistung. Vor allem im Winter, wenn es Schneesturm hat und regnet und grauslich ist. Ja, und ich hatte natürlich ein Navi im Ohr und das Navi hat mich dann sehr oft auf vereiste Radwege geführt und dann bin ich teilweise auf dem Radweg mit Gegenwind nur 5 kmh vorangekommen. Also ich sage jetzt mal, als normaler Radfahrer fährt man eigentlich in gut drei Stunden die 100 Kilometer runter. Aber ich war meistens weit über sechs Stunden auf dem Fahrrad, weil es einfach nicht so schnell vorangegangen ist. Und wie oft hast du dir gedacht, wozu tue ich das eigentlich, ich würde gerne aufhören? Also spätestens da, wo mir dann einmal die Zehen eingefroren sind, da habe ich heute noch tatsächlich Taube Zehen. Spätestens da habe ich, genau, untertags hatte ich zwei Platten, die ich dann im Schneegestöber reparieren musste. Verschweizt, kalt. Genau, und dann beim zweiten Platten saß ich dann aber in einer Bushaltestelle und da ist alle 20 Minuten der Bus vorbeigekommen. Und ich habe mir gedacht, jetzt setz dich doch einfach in diesen Bus herein und fahre weiter in die nächste Stadt, steige in den Zug und fahre zurück nach München und lasse es einfach gut sein. Ja, aber wie viele Leute haben eigentlich gewusst in der Öffentlichkeit davon, dass du das machst? Also es haben dann doch relativ viele gewusst, speziell eben mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde. Ich habe es ja überall auf sozialen Medien geteilt. und ja, ich wollte mich da, ich musste mich dann einfach durchbeißen. Also es ging nicht dann, das Aufgeben gab es einfach gar nicht. Ja genau, also du wolltest dich quasi nicht blamieren vor allem, weil du schon gesagt hast, ich mache es. Das ist lustig, weil das ist ein, wie soll ich sagen, eine Taktik, wenn man sich Ziele setzt, wo man selber nicht sicher ist, ob man es schafft, dass man es mal allen erzählt. Genau so. Auch dann kommt man nicht mehr aus. Ja, genau. Okay, und was hast du da jetzt sonst noch so erlebt? Welche, waren da noch lustige Sachen dabei? Ja, also ich war in St. Moritz im Waldhaus am See und habe dort mit dem Eigentümer, mit dem Sandro gesprochen. Der Sandro hatte davor schon Bitcoin gekauft, aber über ein Zertifikat. Und dann habe ich ihm erzählt, dass er eigentlich keine Bitcoin gekauft hat, sondern dass er eigentlich nur irgendwie ein Recht an Bitcoin hat. Unter Bitcoinen gilt, wenn du deinen eigenen Key, deinen eigenen Schlüssel nicht hast, dann hast du keine Bitcoin. Und genau, dann habe ich mit ihm ein Electrum Wallet aufgesetzt und habe dann bezahlen dürfen in Bitcoin. Und er hat dann entschieden, ab jetzt tatsächlich Bitcoin anzunehmen als Zahlungsmittel. Fand ich super cool. Das ist eine coole Story und eine andere, die ich ganz gerne teile, ist, ich war in Heidelberg und es war ein harter Tag für mich. Auch den ganzen Tag hat es geschneit. Und dann bin ich in Heidelberg angekommen und habe mit neun Hotels, von Hotel zu Hotel zu Hotel, mit neun Hotels, neun Hotels Absagen bekommen. Dann war ich beim zehnten Hotel und sie, die Marianne, war die Rezeptionistin, die Eigentümer waren nicht mehr da. Sie war begeistert von meiner Tour, sie fand das super und hat dann den Chef angerufen und der meinte, nein, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt es doch nicht, das habe ich schon wieder. und dann bin ich rausgegangen aus dem Hotel und dann hatte ich draußen die Idee, so, die Marianne fand das cool, jetzt gehe ich nochmal rein und frage sie, ob sie nicht eventuell Lust hat, mir den Bitcoin abzukaufen und dass sie dann sozusagen mit ihrem Bargeld das Hotelzimmer für mich bezahlt. Und da war sie dann begeistert, sie hat gemeint, ja, dann habe ich endlich meine ersten Bitcoin, dann habe ich den Wallet für sie, gemeinsam mit ihr eingerichtet. und genau, dann habe ich eine neue Bitcoinerin sozusagen zu einer Bitcoinerin gemacht. Super. Und hattest du den Eindruck, dass die Leute, die ja offensichtlich zum ersten Mal jetzt dann wirklich in real life sozusagen mit Bitcoin zu tun hatten, haben sich die schwer getan oder war das mit deinen Erklärungen eigentlich schnell erklärt? Also am Anfang war immer so ein bisschen Angst da, dass es jetzt schwer ist, das anzunehmen und dann habe ich halt immer einfach gesagt, das dauert drei Minuten, in drei Minuten haben wir diese Zahlung oder haben wir den Wallet eröffnet und dann kann ich bezahlen und genau, dann habe ich einfach gesagt, okay, ladet diese App runter, meistens war es eine Electrum Wallet auf Android und Entschuldige, darf ich kurz, welche hast du für iOS empfohlen? Mycelium, glaube ich. Es war nur einmal, dass es iOS war. Ich glaube, das war Mycelium. Genau, also wir haben Electrum Wallet runtergeladen und dann habe ich gesagt, einfach öffnen. Natürlich bei dem Seed, also bei den Wörtern, bei dem Key, den man dann bekommt, habe ich gesagt, okay, jetzt bitte aufschreiben und mir nicht zeigen. Das haben die dann gemacht. Ich habe erklärt, den bitte gut aufbewahren, nicht jemand anders geben und darauf aufpassen, dass man es nicht verliert, bitte. Weil, wenn das Telefon gestohlen wird, dann kann man es mit diesen Wörtern sozusagen recoveren, kann man den Bitcoin wiederholen und dann war es das im Grunde und die waren dann überrascht, wie schnell das ging. Okay. Hast du ihnen auch erklärt, wie sie es dann weiterschicken können? Das habe ich schon erklärt, aber sie haben es eigentlich dann selber auch gemerkt, weil sie haben mir dann von ihrem Handy ihren QR-Code gezeigt, den ich dann eingescannt habe mit meinem Handy und damit dann bezahlt habe. Also dann haben sie es eigentlich in real life sozusagen gleich gesehen, wie es funktioniert. Ja, genau. Okay. Wie viele, hast du gesagt, haben insgesamt jetzt von den zehn Nächten Bitcoin angenommen? Sieben, glaube ich, gell? Es waren neun Nächte, also zehn Tage, aber neun Nächte. Sieben haben es angenommen. Und du hattest aber schon Euro mit für die anderen zwei? Genau, also ich hatte Notfalleuros mit. Ich musste ja auch untertags immer viel Proviant und Trinken kaufen. Das heißt, ich brauchte natürlich Euros. Ich kann jetzt nicht oder konnte jetzt nicht jeden davon überzeugen, sondern der Challenge war eben, die Hotels zu überzeugen. Das heißt, ich brauchte tatsächlich das Fiat-Geld. Ja, aber alle zu überzeugen, das wäre dann wirklich sehr einstrengend geworden. Dann hätte ich, glaube ich, eher 30 Tage gebraucht für dieselbe Strecke. Und hast du noch Kontakt zu den Hotels? Wirst du die Tour wieder machen? Also ich habe keinen Kontakt mit den Hotels. Dieselbe Tour werde ich nicht wieder machen, aber ich vermute, dass ich so eine Radtour schon nochmal anpacken werde, so eine Tour der Satoshi. Vielleicht auch wieder zum Geburtstag, wobei das mit der Winterradtour, ich bin mir da noch nicht zu ganz sicher. Vielleicht in einem anderen Kontinent. Oder Süditalien. Möglicherweise oder einfach besseres Schuhwerk, dass mir die Füße nicht einfrieren. Genau, aber was ich tue, ist, es gibt ein nächstes Projekt und das nächste Projekt nennt sich Satoshi Triathlon. Es ist ein Freestyle Triathlon in vier Tagen von Zug in der Schweiz nach München. Es geht los am 24. August bis 27. August. Und was ist ein Triathlon? Also das habe ich mir selber ausgedacht, es ist quasi eine Wortkreation aus Freestyle Triathlon, weil wir machen keinen richtigen Triathlon. Also schon, es ist am ersten Tag tatsächlich ein halber Ironman Triathlon, aber dann die anderen drei Tage ist einmal schwimmen, einmal Radfahren und einmal laufen. Ah, okay. Das ist quasi die eigene Interpretation von dem Triathlon. Okay, und was sind da jetzt die Distanzen? Was hast du da vorgesehen? Am ersten Tag ist es erstmal zwei Kilometer schwimmen über den Zuger See, dann sind es 90 Kilometer Radfahren bis nach St. Gallen und dann noch einen Halbmarathon laufen bis nach Romanshorn. Das ist der erste Tag. Der zweite Tag ist über den Bodensee, das ist der größte See in Deutschland, schwimmen von Romanshorn nach Friedrichshafen, das sind zwölf Kilometer. Da habe ich extremen Respekt davor, weil ich also nicht nur kein Schwimmer bin und mir das jetzt quasi mühsam antrainiere, sondern weil ich auch noch nie einen Triathlon gemacht habe. Genau, dann quasi das ist der zweite Tag und am dritten Tag geht es dann mit dem Fahrrad weiter nach Starnberg, 190 Kilometer und mit dem vierten Tag schließen wir dann ab mit einem Marathonlauf nach München. Okay, du sprichst von wir, wer ist so verwegen, wer macht das mit dir? Wir sind zu dritt, also ich habe noch zwei Verrückte gefunden, die da mitmachen. Und können da auch Teams mitmachen, die sich das aufteilen? Also nachdem es ein Triathlon ist, kann da jeder und jede mitmachen? Jein, also es ist eine private Veranstaltung, jeder müsste sich das quasi selber organisieren, aber wir laden natürlich dazu ein, einzelne Tage mitzumachen oder das einfach für sich selber mit zu organisieren. Also wir laden schon Menschen ein, das gerne mitzumachen, nur es ist schon ein Organisationsaufwand, vor allem über den Bodensee zu schwimmen, dafür braucht man Begleitboote, sonst wäre es viel zu gefährlich, das zu machen. Also selbst organisiert, dezentral, selbst organisiert, selbst verantwortlich, kann man gerne mitmachen. Genau. So verstehe ich das. So ist es. Mehr Informationen gibt es dazu auf teamsatoshi.org. Wir haben da ein Wiki aufgesetzt, wo auch andere Menschen, die denken, sie würden ganz gerne einen sportlichen Challenge machen und gleichzeitig quasi Werbung oder Bewusstsein für Bittkern schaffen, können dann ihre eigenen Challenges auf die Wiki-Seite sozusagen aufpacken. Ah, okay, interessant. Das werde ich mir auch anschauen und schauen, was ich da mache. Du hast doch irgendwas gesagt, ein Logo habt ihr auch, dass man sich auf die Tressen oder auf das T-Shirt machen kann oder so selbst? Genau, das ist die Idee, dass jeder, der sich solche Challenges sozusagen ausdenkt oder bei anderen Sportveranstaltungen privat mitmacht, kann sich dieses Logo auf die Klamotten packen und kann, wenn er möchte, auch Bitcoin-Donations, Bitcoin-Spenden sozusagen einsammeln von der Community, wenn er die Community unterstützen möchte. Ah, okay. Okay, also das werde ich mir auch ansehen mit dem Team Satoshi. Jetzt hast du viele Leute getroffen, von denen du schon erklärt hast, wie man Bitcoin verwendet und was es ist. Welchen Tipp hast du denn für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sie sich selbst ein bisschen vertiefen wollen? Ich empfehle auf jeden Fall, das Cypherpunk-Manifesto mal zu lesen von 1993. Ich empfehle unbedingt, das Bitcoin-Whitepaper von Satoshi Nakamoto zu lesen und ich persönlich bin ein großer Fan von Andreas Antonopoulos, der meines, nach meinem Verständnis, ein extrem guter Erklärer ist von Bitcoin. Er macht es zwar auf Englisch, im deutschen Bereich kenne ich jetzt die Anita und bin im deutschen Bereich gar nicht so unterwegs, da kann ich es gar nicht so gut sagen. Nein, es gibt jetzt die zwei Bücher von Andreas, das Internet des Geldes, auch auf Deutsch und ich wäre auch alle Bücher und Links, die du jetzt gesagt hast, auch die Link zu Team Satoshi, die werde ich runtergeben. Also wenn man auf meine Webseite geht, vom Podcast, findet man dann in den Shownotes die Links zu allen Empfehlungen. Und wenn man jetzt weiter dich verfolgen will, beziehungsweise das Team Satoshi, wo kann man dich finden? Eben teamsatoshi.org? Genau, teamsatoshi.org. Wenn man live mich quasi verfolgen will, was ich so tue, dann auf Twitter, da findet man mich unter fitus-ze, also v-i-t-u-s unterstrich z-e. Ja, super, Fitus, vielen Dank für dieses Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ich glaube, wir werden uns wahrscheinlich noch öfters lesen und sehen. Freue mich drauf. Und ja, schönes Wochenende noch und schöne Lightning Hack Days. Ja, danke, danke für das Gespräch. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wie fanden Sie das Interview? Haben Sie etwas Neues erfahren? Wenn ja, unterstützen Sie bitte meinen Podcast. Abonnieren Sie ihn in Ihrem Podcast Player, geben Sie eine Fünf-Sterne-Bewertung ab und teilen, 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 teilen Sie es mit Ihren Freunden und Freundinnen auf den sozialen Medien. Kontaktieren Sie mich gerne bei Fragen auf Twitter, LinkedIn oder YouTube oder senden Sie mir eine Sprachnachricht über den Link auf der Episoden-Seite. Auf Wiederhören aus Wien. Musik Start with Yes Delicate Beats Idee, Inhalt und Produktion Anita Posch aus Wiener aus Wiener aus Wiener